Es ist drei Uhr morgens und die Sonne ist mir nicht aufgegangen. Ihr könnt euch erkennen, die haben gegen die Überlegung, wo wir schon bis sieben sind, wie wir ganz sitzen. Und es zählen wird sich aber auch nicht. Wie kommt jetzt die Sonne auf? Das ist jetzt der erste Sonnenstrahl über den Bollegang. Die Sonne strengt weiter. Das ist jetzt mal bis zur Hälfte zu sehen. Jetzt endlich steht die Sonne als große, rote Fahne. Das ist jetzt mal bis zur Hälfte zu sehen. Jetzt geht der Blick vielleicht mal zum Angeln. Jetzt sehen wir mal eine kleine rosa Hülle. Der Sonne ist nicht zufrieden. Jetzt sehen wir uns. Da liegt noch Morgenwebel in dem Wasser. So ist jetzt ein neuer Tag in der Wacht. Da merkt sich jetzt auch schon der erste Vogel. So eine kleine, der macht mal alle Vögelchen. Nach der Vögelchen. Meine Frau, jetzt wieder Vögelchen. So ist jetzt ein neuer Tag erwacht. Das Land liegt mit völligen Frieden neu zu wünschen. Und jetzt glitzert ein letzter Tautropfen, ein letztes Bild aus dieser Musik. Ein Tautropfen an einem Grashalm wie ein Brillant der Sonne. Einatmen. Ausatmen. Und jetzt Applaus, 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 Applaus! Applaus, Applaus, Applaus!